Das Drei-Sterne-Hotel Forsthaus St. Hubertus begrüßt Sie im idyllisch gelegenen Großgrönau in grüner Umgebung direkt vor den Touren der Lübecker Altstadt. Bei uns finden Sie die ideale Unterkunft für einen erholsamen Urlaub in gemütlichem Ambiente. Unsere 19 Doppelzimmer sind liebevoll eingerichtet und laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Alle Zimmer sind renoviert und komfortabel ausgestattet. Nach einer erholsamen Nacht können Sie sich an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet stärken. Genießen Sie verschiedene Käse- und Wurstvariationen, gekochte Eier, Müsli, frisch gebrühten Kaffee, frisches Obst und vieles mehr und stärken Sie sich für den Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem traditionsreichen Hotel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem reichhaltigen Kaffee, frisch gebrühten 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 Kaffee, frisch gebrü